Ich zeige Ihnen die mal, gucken Sie mal. Die haben einmal so eine Pinselspitze und die sind immer doppelt gemoppelt und einmal eine breite Spitze. Die hat jeder genommen und dann, das ist das gleiche, es ist halt etwas breiter, einen Ticken noch auf. Und wie sie sich halten? Da ist wieder die Pinselspitze drauf, genau. Die sind immer so, müssen Sie halt nur schauen, welche. Die kosten 4,79. Und die auch, ja. Morado oder rosado? Hören Sie mal schauen. Morado. Ein zu ein? Negro, no? Ein blau? Negro, no? Ein hell oder ein dunkel? So ein dunkel. Okay. Ich bring Ihnen die an die Kasse, dann können Sie noch ein bisschen schauen. Ich blicke hier auf die rechte Seite an.